Hallo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich steig mal hier ein. Was ist das? Oh so ein Boot, das ist relativ geil. Alles klar, okay wir sind draußen und müssen sozusagen die Gebiete einnehmen. Das ist aber nice, dass das da runter geht. Ja. Warum? Ich wollte doch nur da rüber. Oh da gibt es ein paar Sniper, die warten ja eigentlich nur da auf uns. Ui, den habe ich wirklich erwischt. Ui, mit der Panzerabwehrgranate. Hat er mich noch getroffen? Okay. Okay, alle Gebiete gehören ihnen. Alles klar. Ah, ich kann da aber einsteigen. Okay, ich kann da einsteigen. Muss aber dann sozusagen da rauf gehen. Okay, das sind unsere Einstiegspunkte, wenn wir nichts haben. Sag mal, wo kommst denn du her? Was machst du da unten? Ui, von da oben schon wieder ein Sniper oder? Ja, Sniper. Da geht es ordentlich ab. Da geht es ordentlich ab. Da drüben, bei dem kann ich einsteigen. In 3, 2, 1 und da sind wir drinnen. Das ist gar nicht so dumm. Irgendwann im letzten Spiel habe ich gesagt, ich darf nicht mehr bei Squadmitgliedern einsteigen, weil ich dann sofort sterbe. Ich muss diesen Ratschlag wirklich beherzigen. Mein eigener Ratschlag. Weil das kann es nicht sein, oder? Das kann es gar nicht sein. Hey, da ist er direkt A. Was zum Teufel? Einfach ein Flugzeug. Da fliegt einfach ein Flugzeug auf mich unter. Kanate, Brandkanate. So, einfach weiter rennen, einfach weiter rennen. Oh je, da oben kommen's. Da oben kommen's. Die kommen von überall. Gasgranate. Was ist mit dem? Hey, 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 hey. Mal schauen, vielleicht kann ich sie da von hinten angreifen, oder vielleicht sind sie auch schon weg, ich weiß es nicht. Ah, das ist einer von mir. Ah, was ist das für einer Infiltrator? Ui, da geht's ab. Ui, da ist einer von mir, sorry bro, sorry bro. Ui, da hat er mich, hat er mich, hat er mich, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht, ob der mich hat. Ah, der hat mich, ich habe leider nicht auf seinen Kopf gezielt, er aber schon. Da geht's ab, das ist der Wahnsinn. Aber richtig geil, richtig geil, ich steige wieder bei B an, weil es da wirklich mächtig abgeht. Okay, da geht's eigentlich gar nicht mehr so ab, weil wir eigentlich das Gebiet geräumt haben. A verlieren wir auch gerade. Na ja, du denkst dir, verdammt, wie kommst du hinter mich? Ah, das gibt's doch gar nicht, oder? Ich habe nicht gut genug getroffen. Nicht gut genug. Da ist einer. Jetzt nicht mehr. Komme ich da rauf? Jawoll, auf easy peasy, auf ganz entspannter Basis kommen wir da rauf. Auf. 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 So an. Jetzt warten wir kurz, bis wir zingern irgendwie gekommen haben. Ui, da sind ein paar. Da sind ein paar von uns. Ja, da geht ein bisschen was mit der Versorgung ab. D, wir müssen mal zu D gehen und verhindern, dass sie die bekommen. Oh, da ist einer. Da ist einer bei D. Irgendwo ist da einer bei D. Der glaubt, er kann sich verstecken. Jetzt habt ihr ihn sehr gut. Das Ziel wird erobern. Jawohl. Was ist das, renne ich jetzt ganz allein darüber? Warum komme ich da jetzt nicht drauf? Geht doch. Boom. Was ist mit dem Flugzeug los? Kann ich mit dieser Waffe irgendwas machen? Da kann ich drauf. Was geht ab? Okay, da kann ich. Eigentlich ist das für die Angreifer. Beziehungsweise für die Verteidiger. Wegen den Schiffen. Sehr gut, Friedrich ist erobert. Flames bei Gustav sind sie wieder. Ja, zu Gustav brauche ich nicht mehr gehen. Ui. Ein bisschen bergig hier. Oh ja, ich muss zu Gustav gehen, oder? Da oben liegen ja unsere Sniper auch schon. Eigentlich sind wir schon überall. Warum bist du jetzt gestorben? Du bist einfach vor mir gestorben? Was soll ich da von dir halten, Junge? Der stirbt einfach vor meinen Augen. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. wir sind vorne, das ist mal sehr sehr geil und hier sind wir sozusagen wieder auf gegnerischem gebiet ah ok da brenne ich auch eigentlich habe ich schon lange keine gegner mehr gesehen und da sage ich und irgendwer schießt mich ab von hinten schade, 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 dass ich den nicht mehr getroffen habe aber der brennt auf jeden fall oder? der brennt f? das stehe ich mal bei f ein ah ja, ich sehe dich ich sehe dich, ja leider ich habe gedacht, dass ich weg rennen kann, aber ja aber trotzdem, ich kann bei f noch einsteigen wow, was ist das? ist schon wieder ich habe keinen gesehen, ich habe ihn einfach nicht gesehen alle gehen zu Friedrich, alle gehen zu Friedrich, oder? das müssen alle zu Friedrich gehen von wo denn schon? von wo bitte? ah, da stehen vier Leute wie, wie habe ich die nicht sehen können? wie habe ich diese vier Leute nicht sehen können? nein, nicht schon wieder bei einem Squadmitglied ansteigen ich sage doch, Squadmitglied, das ist mein Tod das ist mein Tod, bei einem Squadmitglied einsteigen einfach weg hier ja, von hinten, immer von hinten kein Squadmitglied einstieg mehr das kann es ja nicht sein das kann es ja nicht sein so wer ist denn da geflogen? wir müssen Gustav verteidigen wir müssen Gustav verteidigen Emil ist jetzt das letzte, okay aufpassen, der Speer aufpassen, der Speer aufpassen, der Speer Sichtungsbonus, sehr geil ja, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen aber wir haben gewonnen sehr, 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 sehr geil wir haben gewonnen war auf jeden Fall ein geiles Spiel war auf jeden Fall sehr, sehr geil im besten Druck bin ich zwar nicht, aber das macht nichts schauen wir mal auf die Punkte lmg-kills, jawoll positiv bin ich heute 19,10 sehr gut 55,4 was hat der gemacht? der hat 55 kills nicht schlecht ist nicht schlecht ist nicht schlecht 55 kills kann man lassen ja gut Leute ich würde sagen das war's für's heutige Video wenn euch das Video gefallen hat ihr wisst was zum tun ist und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video auf eurem Kanal wieder ich bedanke mich fürs einschalten und tschüss bis dann bei 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 bei